Ja, sehr gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Live After. Und dieses große, äh, ja, dieser große Berg von Holz, der da drüben steht, äh, das soll mal mein Haus werden. Kann man erkennen, oder? Na gut, äh, ich bezeichne es einfach mal als Holz. Ja, letzte Folge haben wir sogar einen Garten angelegt da drüben. Äh, ja, ne, da, doch da auch, ne? Und hier drüben, ja, Penny ist immer an unserer Seite. Sehr schön. Äh, läuft ja alles wie geschmiert. Der Helikopter wartet auch, bis wir wiederkommen. Okay, ähm, was wollen wir denn diesmal machen? Ich würde sagen, wir schauen erstmal ins Handbuch rein. Da steht nämlich, Könnenstufe herstellen erhöhen. Also sollen wir jetzt irgendwas herstellen, damit wir nämlich die Könnenstufe erhöhen. Ja, und dann haben wir die Quest auch schon erledigt. Wenn wir denn soweit sind, bin ich fast der Meinung, dass wir denn, äh, unser Haus-Upgrade machen können. Und guck mal, die Beeren sind fertig. Da können wir gleich sammeln. Ging aber schnell, oder? Aber mehr ist leider nicht drin. Weil einfach mal so groß ist. Äh, haben wir noch mehr? Wir müssen, glaub ich, noch mehr haben. Beeren, Samen. Genau, haben wir. Aber schade, dass, wenn ich gleich, äh, also, dass der Busch da nicht bleibt und einfach verschwindet, äh, anpflanzen. So, guck dir zu, Penny. Nächstes Mal machst du das? Sehr schön. Ja, mehr ist leider endlich drin. Hier müssen wir, glaub ich, erst noch alles kaufen. Ich kann ja mal gucken, wie viel haben wir... Oder, ups, sorry. So, besser. Der hat irgendwie keine Munition. Äh, hier ist nichts, äh, gar nichts. Also, was Beeren angeht. Weil, wir brauchen nämlich vier Felder dafür. Und das sind bloß zwei. So, und hier haben wir ein bisschen mehr. Hier haben wir sogar Weizen, was wir abbauen können. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber, ja, hauptsache wir haben Weizen, ne? Ich würde auch fast sagen, wie... Ah, ne, geht er erst ab Gutshof Stufe 2. Also müssen wir hier wieder... Was ist das? Achso, ja, alles klar. Das ist auch freischaltbar erst ab Gutshof Stufe 2. Hier würde ich gerne wieder was anbauen. Und zwar ist es diesmal... Äh, ja, wir haben ja nichts anderes. Also muss... Ros... Rosensamen geht auch noch. Rosensamen weiß. Haben wir noch was? Ananas? Ach, Quatsch. Guck mal, da ist eine Null hinter. Habe ich halt nicht gesehen, weil das so war, ne? Habe ich gedacht, das geht. Na gut, ist eine Null. Ähm, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Das ist alles rot, deswegen können wir die nicht benutzen. Oder irgendwas machen damit. Also müssen wir da Weizen wieder hinballern. Und genau, das machen wir nämlich jetzt. Und zwar hier. So wie vorher, ne? Was können wir aus dem Weizen herstellen? Ich weiß es nicht genau. Aber wenn wir Weizen erstmal haben, dann ist ja gut. Wir werden dieses, ähm... Wasser. Dünger? Dünger haben wir gar nicht mehr, leider. Ne. Schade. Dann werden wir nur wässern. Muss ausreichen. Ertrag ist 3. Reif 1. Na gut, Ertrag haben wir nicht erhöht mit dem Wasser. Schade eigentlich. Und wie sieht es hier aus? Dünger können wir leider nicht geben. Also müssen wir hier nur Wasser geben. Dann erhöht sich der Ertrag auf... Gar nichts. Der bleibt so. Na gut, denn nicht. Ähm... Haben wir hier irgendwas noch drinne, was wir nicht eingesammelt haben? Nein, hier ist alles leer. Ähm... Ja, hier ist es nicht weiter drauf. Irgendwas, was wir machen können, jetzt in der Zeit, wo wir... Denke ich, ist egal. Ähm... Achso, was wir unbedingt brauchen? Das ist eine Spitzhacke. Haben wir hier genug... Moment. Äh... Bauplan. Können wir uns hier eine... Ja... Sehr schön. Brauche ich. Unbedingt. Ein paar Pfeile, würde ich sagen, holen wir uns auch noch rein. Alter, wie lange baut der denn eine Spitzhacke? So, wird es dann Handtum drehen eigentlich fertig. Na gut, ähm... Dann stellen wir noch ein paar Pfeile her. Mehr ist nicht drin. Alles andere geht nicht. Aber hier, Verbände können wir noch herstellen. Ein Verband. Geht noch mehr? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Warum kriegen wir kein... Doch, können wir bestimmt irgendwann Hand herstellen. Passiert was, wenn wir uns hinsetzen? Achso, ausruhen. Okay. Es erhöht sich unser Leben. Das heißt, wir müssen beim Folgen... Und die Krankheit... Also, die Gesundheit, die erhöht sich auch. Sehr geil. Aber wie schnell, ne? Ich würde sagen, wir werden uns in Zukunft mal... Äh... Immer wenn wir die Folge beenden. Setzen wir uns hier hin. So, schön verschränkte Arme. Oder so ein nachdenkliches Gesicht, wie er gerade macht. Ja, und dann, äh... Würde ich sagen... Können wir dann immer die Folge beenden. Genau diesen Stuhl. Das ist die, ähm... Folge beenden Stuhl. Also, dieser Folge beenden Stuhl. Ja, und... Ey, wir haben halbe Leben gerade regeneriert. Und das im Sitzen. Was Sitzen so alles ausmacht, ne? Ich würde sagen, wir setzen uns öfter mal hin. Ähm... Herstellen. Stufe. Ne, ja doch. Herstellen sollen wir. Haben wir gerade gemacht. Ein wenig. Waffen herstellen. Ne Machete ist leider noch nicht drin. Da brauchen wir noch ein bisschen Hanf. Aber hätte ich auch gerne. Primitive Munitionkiste brauchen wir nicht. Halbstoffe brauchen wir auch nicht. Äh... Ne. Alles nicht. Deswegen. Nö. Hier geht auch nichts. Obwohl oben... Haben wir da jetzt schon ein Dach drauf? Ne, haben wir nicht. Also stellen wir jetzt mal ein paar Dächer her. Also Holzböden. Treppe brauchen wir nicht. Äh... Einzelrahmenfenster. Auch. Oder doch. Ein paar Fenster könnten da da oben vertragen. Guthofs Stufe 2. Oder ich warte bis zur, ähm... Stufe 2. Und dann können wir uns die ganzen... Den hier reinbauen. Der sieht natürlich besser aus, oder? Aber ein Dach muss rauf. Viere? War eine Viere? Ich mach mal Acht. Wenn's geht? Ne, geht nicht. Na gut. Dann verschwenden wir ein ganzes Holz, um... ...Dächer herzustellen. Was ist denn hier bei Halbstoff noch? Ach, Holzbretter. Und Möbel. Möbel hätten wir auch noch. Eine Waffentruhe. Eine große. Äh... Kleiner Schrank. Ecke, ja Stuhl. Tisch. Siehste? Ein Tischpumper auch noch. Den können wir uns ja mitten im Raum stellen. Oh, sogar ein Scheißhaus können wir uns... Das müssten wir aber irgendwie abseits machen. Dadurch, dass wir jetzt aber hier irgendwie keine Ecke irgendwie verwenden können, um... ...irgendwo ein Scheißhaus mit reinzubauen, würde ich sagen, machen wir jetzt erst... Ach, geht ja auch erst ab Gutshof Stufe 2. Ne, ich bin ja auch schlau. Äh... Ein Bett können wir auch noch bauen, aber auch erst ab Stufe 2. Gut, dann müssen wir uns darauf, äh... Würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf das Haus-Upgrade, dass wir nämlich die, ähm... ...Quest hier im Handbuch herstellen, äh... ...fertig machen. Immer noch 4 von 5. Ich muss mal... ...äh... ...hier reinschauen. Da müsst ihr nämlich... Moment, Fähigkeiten herstellen. Oh, geil. Ist jetzt irgendwas möglich hier? Ne, ne? Hier auch nicht. Auch nicht. Hä? Der hat uns doch gerade was angezeigt. 1, 2, 5. Können wir doch gar nicht upgraden. Waren uns hier erzielt, ey? Ach guck mal, da ist doch so ein Punkt drauf. Aber wir sammeln... Äh, auch nicht. Ist das doof oder was? Dann lassen wir das mal. Auf jeden Fall, äh, wissen wir, wir brauchen nicht mehr viel bis auf Gutshof... ...Gutshofstufe 2. Und, äh... Ja, dann können wir nämlich gleich sofort erst mal... Oh, guck mal, wir haben ja schon einen drinnen. Dann bauen wir uns noch zwei Dächer hin. Eine Holzwand haben wir auch noch. Und ein Einzelrahmen. Ne, zwei, äh... Drei Holzwände. Wir haben sogar acht Böden. Das habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr... Wir haben doch noch vier hergestellt, ne? So. Am liebsten würde ich noch irgendwo eine Treppe hinbauen, aber ist leider nicht drin. Da geht nicht, weil, äh, so viel haben wir noch nicht freigeschalten. Aber hier oben müsste das schon gehen. Das Problem ist aber, ähm... Warum? Oder wozu würden wir sowas tun? Hier können wir keine Treppe hochbauen, sonst kommen wir nicht mehr runter. Wir hätten... Ne, hätten wir nicht. Ach, geht einfach alles noch nicht. Also lassen wir das noch. Ein Einzelrahmenfenster hauen wir hier noch rein in die Seite, wo nämlich, ähm... Genau. So ist es okay. Dann nehmen wir auch gleich eins hin. Und dann sieht es jetzt schon ein bisschen freundlicher aus, würde ich sagen. Guck, wir können... Ach, guck mal, ein Bett haben wir ja doch schon. Hm. Aber wir können noch ein zweites bauen ab Gutshof Stufe 2. So. Hier, dieser Spalt, der... Den finde ich irgendwie fast kacke. Aber, na gut, was soll's. Nimm einfach so hin. So, ein Fenster haben wir... Ne, haben wir nicht. Wir haben nur zwei Fenster gehabt. Aber nicht schlimm. Hallo Penny. Ich würde sagen, wir holen noch ein bisschen Holz für... Aber für was denn? Für irgendwas braucht man irgendwie Holz. Ich wollte unbedingt irgendwas herstellen. Jetzt so was... Ach, die Machete. Genau, und da brauche ich Holz. Holz und Hanf. Äh, gut. Dann hacken wir Holz hier. Aber machen wir das hier oder machen wir das im Herbstwald? Weil ich habe nämlich den, äh, einen besonderen Tipp bekommen, wo man im Herbstwald irgendwas bekommt. Was ganz speziell ist. Ich hacke erstmal Holz. Da müssen wir uns aber, ähm, ja, vorbereitet durchbewegen. Huch. Äh, was war das jetzt? Ich habe da gerade irgendwie... Ach so. Stimmt. Äh, weiter ausholen hier diese... Okay. Ist das jetzt, äh, eingestellt? Weiß ich nicht. Läuft ein, äh, Pooldown läuft da ab. Ich weiß gar nicht, warum. Und was es bringt? Keine Ahnung. Ach, heute machen wir einen Zuhause-Tag, wisst ihr? Wir bleiben heute mal zu Hause. In der nächsten Folge würde ich sagen, können wir denn wieder zum Herbstwald rüberreisen? Und, äh, aber heute nicht mehr. Wir machen heute einen Zuhause-Tag. Hier hinten, wie man gerade hört... Ist das zu leise? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe nicht. Ähm, wie man gerade hört. Haben wir noch ein paar Nachbarn, die wir noch ein bisschen erledigen müssen. Na komm. Oh, mit einem Schlag einen Baum weggeholt. Nice. Mach das mal nach. Was ich alles kann, was? So, wir werden uns erstmal ausrüsten mit, äh, Waffe. Nachladen. Sehr gut. Äh, und dann gehen wir hier einfach mal rein. Vielleicht, ähm, haben wir ja ein bisschen Erfolg. Aua. Das ist kein Gegner für mich. Äh, trotzdem habe ich Aua gerufen. Äh, den nehme ich von hier. So, zack, gleich nochmal. Wenn er jetzt nicht so viel rumtaumelt, dann kriegt ihn gleich. Sehr gut. Äh, der bleibt da liegen, ja. Pindy, komm, folg mir. Ich habe nämlich keine Ahnung, was uns jetzt hier noch erwartet. Oh, da sieht es böse aus. Wollen wir uns da reinwagen oder nicht? Dann müssen wir aber sehr gut zielen können. Hier gibt es aber jede Menge Bäume. Das ist schon mal gut. Äh, gibt es hier noch irgendwas außer Bäume? Ja, äh, Bieren, Sträucher, irgendwie sowas alles. Nee, er wird uns bloß angezeigt. Irgendwie hier so ein Bieren sein. Oder eine Art. Guck mal, da drüben geht es auch noch weiter. Da sind die großen, dicken. Das sind die, äh, Schrotthändler. Deswegen, die heben die Autos so weg. Deswegen sind die etwas kräftiger. Ja, dort haben wir Böses. Ähm, da wohnen wir. Alles klar. Wir müssen halt immer so ein bisschen im Auge walten. Oh, hier geht es auch ab. Kommen wir hier auf den Felsen rauf, damit die da nicht raufkommen? Ich hoffe. Dann können wir uns nämlich da oben raufstellen und unsere Munitionen leer machen. In die Zombies rein. Ich muss hier nur irgendwie raufkommen. Jawohl, sehr schön. Nr. 1 Das ist aber nicht die Könnenstufe für Herstellen, ne? Der versucht mich zu boxen, aber der kommt hier wahrscheinlich nicht an. Dit werd jetzt auch noch ein Ding gewesen, wenn er mich, äh, mit Leichtigkeit hier einfach mal wegholt. Oh, der ist böse, glaub ich. Kann man hier irgendwas looten, oder warum sind die so wie Zombies? Kommt mir fast so vor. So, Penny ist, glaub ich, hoffentlich an meiner Seite. Oder wenigstens hinter dem Felsen. Nicht, dass hier noch was passiert. Sie ist nämlich hier immer so aufgeschmissen. Sie ist nämlich nicht so die Kämpfernatur. Deswegen. Nein, meine Munition. Oh, fuck. Aber hab ich am Inventar, glaub ich, ne? Jawohl, da kann ich mich hier jetzt da hinstellen. Äh, am besten hier, genau. Hin. Kann ich ja sowieso wieder einsammeln. Dann laden wir mal nach. Sehr schön. Äh, abrufen gleich wieder. Habe ich. Gut. Und weiter geht's. In hier, ne? Na komm, nochmal. Ach komm, ey. So, man kann doch nicht so robust sein. Hier hinterm... ...LKW, den wir ja am Anfang der Folge nämlich gefahren haben. Wo wir hinten auf der Ladefläche drauf waren. Äh, dahinter steht nämlich auch einer. Genau dort. Ach, guck mal. Die respawnen wieder einfach. Oder weil jetzt nachts ist, kann nämlich auch sein, dass die einfach mal neu erscheinen. Aber so können wir wenigstens unsere Munition mal ein bisschen leeren. Die da hinten kommen gar nicht ran. Heißt, ich kann gar nicht hier oben drauf stehen bleiben. So, äh, na komm. Einer noch. Jetzt. Äh, komm ich irgendwie weiter ran? Damit ich nämlich die anderen auch noch kriege. Am liebsten würde ich hier oben stehen bleiben. Den kriege ich. Och komm, den hatte ich doch gerade. Fast. Jawohl. Der kommt jetzt ran. Alter, der schmeißt mir doch was. Ausgerechnet nachts, wirst du, fange ich hier an, Zombies abzuknallen. Ist natürlich eine sehr gute Idee. Der regeneriert sich einfach. Ich glaube es nicht. Der steht da noch hinter. Gekriegt? Ne, hab ich nicht. Natürlich nicht. Aber ihn kriege ich. Zack. Als wäre das ein Scharfschützengewehr so ein bisschen, ne? Ja komm, noch einer. Ah, was ist denn mit dem los, ey? Stirb doch einfach. Geht doch. So wie so ein Rucksack-Kaini bestimmt, wa? Ich würde mal interessieren, was das hier gibt. So, Ena ist hier noch rumgerannt. Ach, da hinten. Zwei sogar. Eins. Komm. Stirb. Ach, guck mal. Hier kann ich die Kampfstufe erhöhen. Ah, Munitionskiste. Alles klar. Wie schnell die einfach mal leer ist, was? So, hingebaut. Nachladen. Jetzt habe ich wirklich bloß damit verbracht. Mehr nachladen geht nicht. Alles klar. Abrufen. Und weiter geht's. Weil es so schön war. Gleich nochmal. Versteck dich doch nicht. Komm einfach ran hier. Okay. 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 Ah, daneben. Jetzt aber. Ich war ein Headshot. Jawohl. So wird gezielt. So wird geschossen. Und die da hinten kriege ich gar nicht, weil die viel zu weit weg sind. Ich will auch gar nicht weiter vorgehen. Obwohl, ein bisschen geht noch. So. Jetzt aber. Ich darf mich nicht mehr bewegen. Ich muss hier stehen bleiben. Aber ich kriege trotzdem nicht den Dicken da hinten. Schade. Hm, okay. Können wir mit dem irgendwas machen nachher? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als wenn der voll wichtig ist. Wenn ich jetzt da runterspringe, dann kommen sie alle, ne? Dann respawn sie. Ja, jetzt aber. So, den habe ich. Da ist noch einer. Ist der letzte denn, ne? Mehr sehe ich da gar nicht. Na komm. Versteck dich nicht. Der hat einen Rucksack bei. Da ist bestimmt Medikamente drin für Untoten. Ja, und schon ist er wieder voll. Jetzt aber. Ich treffe ihn nicht. Und wie regeneriert er sich denn? Oder wie heilt er sich denn? Geht ja gar nicht. Den kriege ich nicht. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Nein, jetzt ist er wieder. Mein Magenhub hat. Ich muss mal zwischendurch mal was essen. Ich würde sagen, wir knallen uns hier so eine Dose rein. Ja, für das erste rechnet er es mal. Und es wird wieder hell. Sehr schön. So haben wir die Nacht überstanden, indem wir unsere Kampfstufe verbessert haben. Der rennt einmal hin und her. Dann hat er diese komischen grünen Kringel auf dem Kopf. Und... Oh. Keine Muni mehr. Oder wir rennen mal da runter, dann kriegen wir ihn so. So, Munitionskiste. Hier einmal hingestellt. Einmal nachgeladen. So. Zack. 87% Munition haben wir noch. Ich würde sagen, wir springen mal hier runter. Und dann gehen wir direkt auf ihn. Was ist das noch für ihn? Ach, ein Wildschwein. Nice. Stimmt, die rennen ja hier auch rum. Dann kann ich mir gleich Fleisch besorgen. So, Digga. Warte, der ist weg. Alter, sonst habe ich da so viele Schuss gebraucht. Aber looten können wir die ja nicht, ne? Guck mal, Beeren haben wir hier. Die nehme ich. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Hallo, Penny. Hast du die Wildschwein irgendwo gesehen? Das möchte ich nämlich gerne haben. Ähm. Zerstören. Zerstörung in Gange. Oh, da kommt der nächste. Fuck. Jetzt müssen wir aber weg. Ganz weit weg. Wo komme ich hier raus? Da. Alles klar. Nein, fuck. Doch. Komm doch. Na komm, den mache ich. Den habe ich weg. Sehr schön. Äh, ich habe nämlich Gefühl, das ist nicht der Einzige, der jetzt hier ist. An dem müssen wir vorbeirennen. Erstmal. Wir haben nämlich wenig Gesundheit. Ich will hier nämlich nicht sterben. Also nicht unbedingt. Es ist ein schlechter Tag zum Sterben heute. Die Lok war bestimmt zum Haus. Dann setzen wir uns gleich auf den Stuhl und sind gleich wieder gesund. Penny, komm. So, den haben wir zerstört. Macht das jetzt irgendwie Sinn, dass wir das gemacht haben? Ich weiß es nicht genau. So, einmal hier rein. Puh, das war knapp, oder? Hat man hier nicht eine Munitionskiste hingestellt mal? Na, die ist weg. Gut, wir setzen uns einfach mal auf den Stuhl. So, zack. Wir brauchen unbedingt wieder Regeneration. In der nächsten Folge geht es dann in den Herbst, weil, äh, das bedeutet nämlich, dass ich mich jetzt hier verabschieden werde. Mit so einem nachdenklichen Gesicht, so. Also, man sieht mich jetzt nicht, aber ich sitze ja genau haargenau so da. So, und, äh, ich würde sagen, viel Dank für's Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ach ja, was ich nie sage, ähm, abonnieren und liken nicht vergessen. Würde mich riesig freuen und Kommentare sind auch immer herzlich willkommen. Ich lese gerne und ich antworte wirklich, äh, alles. Danke schon mal im Voraus. Man liest sich. Bis dahin. Ciao.